Hallo und willkommen zu einer ganz kleinen Runde. Und zwar ist es schon halb elf und ich brauche noch ein Video für heute. Und deswegen spielen wir jetzt einfach mal kurz Happy Reads. So, ich kann ein bisschen über das neue Projekt erzählen. Also wie ihr vielleicht gesehen habt, gibt es ja dieses neue Projekt City Heroes. Und ja, das ist eben, ich erzähle mal kurz diese Online-Zeiten. Ähm, man kann eben... Hatte ich das schon gemacht? Late from school. Oh ne. Also man darf eben zwei Stunden in der Woche rausbringen. Und... Man darf insgesamt sieben Stunden in der Woche online sein. Also... Was hier grad steht. Aua. Ich hab meine Arme verloren durch'n Penner. Loll. Loll. Hahahaha. Hört einfach. Ihr müsst euch vorstellen. Press C, was passiert irgendwann? Häh, ist das jetzt dein Ernst? Muss ich jetzt... Ja toll, ich hab keinen Arme mehr. Egal. So, es ist jetzt. Ups. Rainbow Rope Swing. Auf jeden Fall, man kann täglich eine Stunde online sein und in der Woche zwei Stunden online bringen. Genau, und da gab's auch schon... Moment, das will ich ausprobieren. Da gab's auch schon einen kleinen Zwischenfall heute. Und zwar... Wurde gegrieved. Auch bei mir ein ganz kleines wenig aber. Und zwar wurde... Säftig... Es wurden auch Sachen gesturlt. Bei Wendetter. Und... Bei ihr wurde auch sehr heftig gegrieved. Bei mir ist eigentlich alles noch da. Bei mir wurde lediglich meine kleine Holz... Also ich hatte eine kleine Holzhütte. Das seht ihr in dem dritten Video wahrscheinlich. Aber... Es hat sich schon sehr viel getan. Und das heißt sehr viel. Also... Es wird auf jeden Fall was. Mann, ich will diese Münze kriegen. Das war schon mal ein guter Ansatz. So... Oh, ich musste mich strecken. Dann hätte es hier geklappt. Schwupp. Die haben wir nie im Leben. So... Egal. Wir machen einfach den Warpswing. Ja, bei mir wurde eben mein Holz einfach abgeholzt. Mein Eichenholz. Es gibt eben sehr viel Akazienholz. Und ich hatte... Ja... Ich hatte mir... Das besorgt. Oh ne. Ja. Das wurde jetzt eben... Klaut also die Zäune. Und ich hatte so ein bisschen wie in Aura so einen kleinen... Lagerbunker erstmal gemacht. Ich hab noch gar kein Haus. Kein richtiges. Was? Ist das jetzt euer Ernst? Mann, ey. Oh, der ist gut. Schade. Schaffen die ja. Ich meine, wir haben doch super Kräfte. Das war einfach zu weit. Das war einfach zu weit. Verdammt. Was war das denn? Ja. Und... Ja. Ich werde jetzt gucken, dass ich morgen nochmal... Ich hab morgen mit Vorn noch. Wie jeden Montag. Ich verstehe es nicht. Ey, komm. Mein letzter Versuch. LOL. Ihr könnt mir nichts vorwerfen. Ich hab's einfach geschafft. Vielleicht der Beste. Stag of course. Das hat einfach geklappt. Ich krieg ein bisschen Angst. Ah. Oh, nee. Okay. Ich geh nochmal zurück. Okay. Kann man mal machen. Okay. Und... Yeah. Läuft bei mir. So. Glas Brick Pro. Okay. Mann. Jetzt aber. Ah. Ah. So. Boom. Die können mir gar nichts. Ah. Ah. So. Sowas kann ich immer gar nicht. So. So. Kleines Mädchen. Oh. Oh. Ich bin ein kleines Mädchen. Ich bin zermanscht. Es kommt gleich der Fahrradreifen. Und? Na, na komm. Egal. So. Ähm. Impossible. Ach, guck mal. Kennen wir. Ja. Ich hab's einfach geschafft, Leute. Ja, nein. Oh, das sieht immer so cool aus. Ja. Okay. Na gut, geschafft. Okay. Ich denke, ich mach noch zwei Level. Aber. Marvel's Pro. Go Jump. Ähm. Mauskurse. Ich bin Justin Bieber. Ich bin One Direction, Leute. Ich bin fünf Leute. Wie kann das sein? Ich bin großartig. Nein, 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 nein. Jetzt bin ich wieder nur gut. Jetzt bin ich Chuck Norris. Ich hab einen roten Bart und einen Karate-Meister. Natürlich. Jetzt bin ich wieder gut. Nee, ich bin Gott. Ich kenn... Jetzt ernsthaft. Ich bin ein Gewinner. Dafür, das ist anscheinend Zen. Ich sag jetzt mal in Klammern. Wenn er ein erster Poker-Jump ist, ist das eigentlich ganz gut. Aber ich denke, er hätte vorher einfach andere Level gemacht. So. Okay. Und noch ein Level. Das war eigentlich ganz gut. Wu-Ant-Bal. Ach, ein Balls-Row. Ich... Komm schon. Und? Ähm... Ich hab ne gute Idee. Wenn der Dile kommt, dann hab ich voll die gute Idee. So, erst mal so einen Dile. So, und jetzt... Nein, ganz knapp. Okay. So. Ich denke, das war's von dieser Runde. Ist richtig aktuell. Wie jedes Video eigentlich. Naja. Außer Megaprojekt. Na gut. Ich wünsch euch da doch einen schönen Tag. Und morgen 14 Uhr. Und heute kam... Ja, gestern kam die Folge einfach mal. Zehn Minuten später. Ne, vorgestern. Verdammt. Weil ich... Mein Video gu... Ich wollte gucken, ob's online ist. Es war nicht online. Also so ein... Viertelstunde. Und es war einfach... Noch in der Bearbeitung. So als... Dings gespeichert. Vorgabe. Aber gut. Dann hab ich's öffentlich gestellt. Und alles. Jo, das ist keinem aufgefallen. Werd ich nicht sagen sollen. Na gut, dann... Schaut bei Twitter und Twitch vorbei. Abonniert. Like. Keine Ahnung. Und wir sehen uns da morgen. Tschüss. Und wir sehen uns... Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.